Im Herbst 1905 besuchte der 30-jährige Rainer Maria Rilke den Bildhauer Auguste Rodin. Rodin wohnte in Meudon südlich von Paris. Rilke war für einige Monate dessen Privatsekretär und durfte sich in einem kleinen Gästehaus in Rodins Garten einquartieren. Dort kam es zu einer überraschenden Begegnung. Auf einem Hügel vor seinem Häuschen entdeckte Rilke eine Buddha-Statue. Ein sitzender Buddha in tiefer Meditation, schweigsam in sich ruhend. Ein Anblick, der den Dichter faszinierte. Buddha, als ob er horchte. Stille, eine Ferne. Wir halten ein und hören sie nicht mehr. Und er ist Stern und andere grosse Sterne, die wir nicht sehen, stehen um ihn her. Als Stern unter Sternen wird Rilkes Buddha zum Mittelpunkt des Universums. Drei Gedichte hat er ihm gewidmet, die in der deutschsprachigen Literatur einzigartig sind. Das jedenfalls meint der Tübinger Theologe und Literaturwissenschaftler Karl-Josef Kuschel. Er hat die Begegnung Rilkes mit dem Buddha erforscht. Wie kommt ein so europageprägter Dichter wie Rainer Maria Rilke dazu, drei Gedichte Buddha zu widmen? Ganz ungewöhnlich. Dieser Europäer, der mehr nach Griechenland orientiert war, römische Antike kannte, auch biblische Sujets bearbeitete. Wie kommt der dazu, sich mit Buddha auseinanderzusetzen? Das ist ganz ungewöhnlich und ich bin dem nachgegangen, auch im Vergleich zu anderen. Ich habe nur wenige, ganz, ganz wenige Buddha-Gedichte in der deutschsprachigen Literatur gefunden. Also wir haben in der deutschen Literatur nichts Vergleichbares. Das ist zunächst einmal einzigartig. Das ist einzigartig für sein Werk. Es gibt keine weiteren Parallelen, dass er sich mit einer östlichen Gestalt auseinandergesetzt hat. Das ist einzigartig für die deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts. Und es ist auch in seiner Dichte und Intensität, was die Aneignung, was den Dialog, die Zwiesprache mit dieser Figur angeht, auch in der deutschsprachigen Kultur einzigartig. Insofern ist dieses Wort, mit dem ich vorsichtig umgehe, das ich nicht inflationär gebrauche, schon richtig gewählt. Der Buddha in Rodins Garten war übrigens kein Werk von Rodin selber. Dieser hatte die Buddha-Figur im Jahr 1900 an der Weltausstellung in Paris gekauft und ihr Zuhause einen zentralen Platz eingeräumt. Im Garten hatte Rodin sogar einen kleinen Hügel angelegt, einen Kiesweg dorthin. Also ganz bewusst, sozusagen geradezu demonstrativ, eine grosse Buddha-Statue dort aufgestellt. Und Rilke ist, ja, wie vom Donner gerührt, als er sie zum ersten Mal sieht. Diese typische Buddha-Darstellung, Buddha auf einem Lotus sitzend, wie auf einem Ruhekissen, auf einer Lotusblume sitzend, mit verschränkten Beinen. Und es ist in einem Buddha, der beide Hände in sich hineingelegt hat, mit einer Hand nach oben. Und das ist eben der Buddha in vollkommener Versenkung, der Buddha Amitabha. Den muss man sich dort vorstellen, eine ganz in sich ruhende, geschlossene Figur, mit den beiden Händen am Bauchnabel ineinandergelegt. Und so eine einzigartige Ruhe, Gelassenheit, Zufriedenheit, im besten Sinn des Wortes ausstrahlend. Und Rilke, der völlig unerwartet auf diese Figur trifft, beginnt nun einen Dialog, eine Zwiesprache gewissermassen mit dieser unerwarteten, einzigartigen Figur. Rilke näherte sich dem Buddha als Künstler, allein aufgrund der Anschauung, ohne sich vorher je mit dem Buddhismus befasst zu haben. Auch später interessierte ihn der Buddhismus als Lehre kaum. Buddhistische Literatur schreckte ihn eher ab. Er ging seinen eigenen Weg und begegnete dabei nicht dem Buddha, sondern seinem Buddha. Ja, so ist es in der Tat. Und das für mich Überraschende war, wir haben keinerlei Quellen, dass Rilke sich mit dem Buddhismus intellektuell auseinandergesetzt hätte. Und ich folgerte daraus, Rilke verfügt über die Fähigkeit als Dichter, als Poet, nur über die Anschauung einer Figur in das Wesen der Dinge einzudringen. Und ich meine, dieser Zugang ist uns, Europa-Geprägten, näher, weil wir nicht zunächst also auf den Buddhismus schwören müssen, wenn wir uns mit dieser Figur des Buddha auseinandersetzen, sondern zunächst einmal ihm ganz frei, ihm ganz unverzweckt gegenübertreten können. Im September 1905 beschrieb Rilke in einem Brief an seine Frau Clara die Buddha-Statue vor seinem Häuschen. Nach dem Abendessen ziehe ich mich bald zurück, bin um halb neun längstens in meinem Häuschen. Dann ist vor mir die weite blühende Sternennacht, und unten vor dem Fenster steigt der Kiesweg zu einem kleinen Hügel an, auf dem in fanatischer Schweigsamkeit ein Buddha-Bildnis ruht. Die unsägliche Geschlossenheit seiner Gebärde unter allen Himmeln des Tages und der Nacht in stiller Zurückhaltung ausgebend. »C'est le centre du monde«, sagte ich zu Rodin. Das ist eine wunderbare Briefstelle deshalb, das ist der Brief vom 20. September 1905, weil es das erste Zeugnis von Rilkes Wahrnehmung dieser Buddha-Figur ist. Plötzlich der Blick auf diesen Buddha, der unmittelbar gegenüber von seinem kleinen Fenster stand, also den er direkt vor Augen hatte, und dann fällt das überraschende Wort, das er zu Rodin sagt, das zeigte er in dem Brief mit, »C'est le centre du monde«, also das ist die Mitte der Welt, das Zentrum der Welt. Das ist natürlich faszinierend jetzt für einen Interpreten, »Wie kommt Rilke dazu, zu dieser Figur des Buddha Amitabha, der dort eben die Geste der vollkommenen Versenkung macht, so zu reden?« Darüber habe ich lange nachgedacht und ja, man kann das verstehen, was Rilke damit meint, denn der Buddha ist für ihn die Verkörperung eines Menschen, der ganz in sich ruht, und daher unsägliche Geschlossenheit seiner Gebärde, und das heißt übersetzt, völlige geistige Konzentration, völliges in sich ruhen und diese Kraft der Stille, diese Kraft der Ruhe durch seinen Körper zum Ausdruck bringen. Da sah wohl Rilke auch Analogien zu seinem Bemühen als Künstler, der eben auch die Stille braucht, die Ruhe braucht, die geistige Konzentration braucht, um überhaupt kreativ sein zu können. Und so erkläre ich mir dieses wunderbare Wort, »C'est le centre du monde«, die Mitte der Welt. Etwas irritierend ist, dass Rilke in diesem Brief dem Buddha eine fanatische Schweigsamkeit attestiert. Mit Fanatismus im herkömmlichen Sinn hat dies allerdings nichts zu tun. Nein, hier ist wohl etwas anderes gemeint. Der Buddha bleibt fanatisch schweigsam, das heisst willentlich, geradezu wild entschlossen schweigsam, denn er will gerade nicht ein Offenbarer sein. Dieser Buddha ist für Rilke die Kontrastfigur etwa zur Erlösergestalt Christi. Buddha will eben gerade kein Offenbarer sein, er will auch kein Erlöser sein. Er reagiert nicht auf Forderungen nach Erlösung, nach Offenbarung, nach Trostworten. Er bleibt eben ganz bei sich und ganz in sich geschlossen und verweigert den Zugriff auf ihn als eine Offenbarer- und Erlösergestalt. Aber eben gerade nicht, um die Menschen klein zu machen, um die Menschen schnöde zu verachten, sondern um jeden Betrachter, der mit ihm in einen Dialog tritt, zu sich selbst zu befreien. Und Buddhisten würden davon reden, die Buddha-Natur, die jeder Mensch in sich hat, in sich selbst zu aktivieren. Das heisst also, der Buddha verweigert sich dem normalen religiösen Betrieb, wo man ein göttliches Gegenüber eben funktionalisiert, für seine eigenen religiösen Interessen, entweder Trost zu bekommen oder eine Offenbarung zu bekommen oder Erlös zu werden. Das ist, was der Buddha nicht will, sondern der Buddha will den Menschen befreien, zu sich selber die Buddha-Natur in sich zu erwecken, um dann einen Weg zu weisen aus der Unruhe des Daseins in den tiefen Frieden. Von diesem Frieden zeugt auch der Brief, den Rilke im neblig-kalten November 1905 an Rodin schrieb, der gerade auf Reisen war. Meine Gedanken folgen Ihnen Stunde für Stunde, was gar nicht schwierig ist. Denn man ist fast auf Reisen in diesen Schneenebeln, die alle vertrauten Dinge in die Ferne rücken und alles auswischen. Sogar die Vögel erkennen ihre Umgebung nicht mehr. Einige, ganz schwarz vor den grau verhangenen Fernen, klopfen an mein Fenster, wie um den Weg zu erfragen. Der Buddha allein verharrt in seinem göttlichen Gleichgewicht, großzügig angeleuchtet vom Schnee auf seinem Schoß, eigentlicher Herrscher und Weiser dieser fremdartigen Welt. Für Rilke ist ein Wort wie Gleichgewicht synonym oder derselbe Ausdruck für das Maßfinden. Immer wieder beschreibt er ja auch Erfahrungen, wo Menschen ins Maßlose abgedriftet sind, wo die Menschen ihr Maß verloren haben in dieser verwalteten Welt, in dieser technischen Welt. Und der Buddha verkörpert ihm eben dieses göttliche Gleichgewicht, also eben dieses einzigartige Ineinander von Transzendenz und Immanenz. Nachdem Rilke einige Monate in Rodins Häuschen gelebt hat, verfasste er Ende 1905 sein erstes Buddha-Gedicht. Es zeigt einen Buddha, der in der Stille auf etwas Fernes, Unsagbares horcht. Als ob er horchte, stille, eine Ferne. Wir halten ein und hören sie nicht mehr. Und er ist Stern und andere große Sterne, die wir nicht sehen, stehen um ihn her. Sollte er bedürfen? Und wenn wir hier uns vor ihm niederwürfen, er bliebe tief und träge wie ein Tier. Denn das, was uns zu seinen Füßen reißt, das kreist in ihm seit Millionen Jahren. Er, der vergisst, was wir erfahren, und der erfährt, was uns verweist. Hier fällt eben auf, die kosmische Dimension, in die er diesen Buddha hinein holt. Er ist Stern und andere große Sterne, die wir nicht sehen, stehen um ihn her. Also das drückt ja auch aus, dass er so etwas wie eine Mitte der Welt ist, eine kosmische Mitte. Und das wird noch unterstrichen eben durch das Wort O, er ist alles. Das heißt, seine Art des göttlichen Gleichgewichtes, des Gleichgewichtes des In-der-Welt-Seins und seine Art der geistigen Konzentration, das ist alles, worauf es ankommt. Und die Verse dann eben, die abweisen, ihn zu einem Erlöser oder zu einem Offenbarer zu machen, sind dann eben auch scharf. Wirklich warten wir, dass er uns sehe. Sollte er bedürfen? Und wenn wir hier uns vor ihm niederwürfen, er blieb tief und träge wie ein Tier. Er ist eben ein Lehrer und kein Erlöser und insofern verweist er diejenigen, die ihm begegnen, auf sich selber und auf den Weg, den sie für sich selber gehen müssen. Er will nicht als Notgötze und als Erlöser für alle möglichen Zwänge des Menschen benutzt werden. Also es ist auch ein sehr starkes religionskritisches Motiv hier, also der Kritik an einem religiösen Betrieb, wo man die Religion funktionalisiert zur Bewältigung der eigenen Lebensängste. Rilkes Buddha schweigt in beziehungsloser Vollkommenheit. Trotzdem gelingt es dem Dichter, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Ja, und zwar eine Beziehung, die worthaft wird. Das ist eben doch auch der Unterschied zwischen einem Buddhisten und eben einem europäisch geprägten Bewusstsein, wie wir es bei Rilke antreffen. Rilke setzt sich ja nicht vor diese Buddha-Statue und fängt an zu meditieren, ins Wortlose zu versinken, sondern er schreibt ein Gedicht, benutzt also Sprache. Er muss als Dichter sich dann auch der Sprachlosigkeit verweigern, denn sein Medium ist ja die Sprache, während das Medium des Buddhisten eben das Schweigen vor der Buddha-Figur ist. Das ist in der Tat der fundamentale Unterschied. In einem Brief, den Rilke zu Beginn des Jahres 1906 an seine Frau Clara schickte, klingen noch einmal die vertrauten Motive an. Stille, göttliches Gleichgewicht und erhabene Gleichgültigkeit. Und ich stehe an meinem Pult, das Fenster ist offen und unten gehen die Gärtner umher, und dann und wann klingt ein Gerät, dem die Erde schnell den Mund zuhält von Hoffnung. Und der Buddha ist groß und wissend, und man denkt, der Saft steigt in ihm, und man möchte es ihm ansehen, dass er die ganze Nacht Herr über unzähliges Mondlicht war. Als wir gestern des klaren späten Abends vom Mysee herunterbogen, da war die Mauer meines Gartens dunkel, aber dahinter war alles Mondlicht der Welt um den Buddha herum, wie die Beleuchtung eines großen Gottesdienstes, in dessen Mitte er verweilte, ungerührt, reich, von uralter Gleichgültigkeit strahlend. Von uralter Gleichgültigkeit strahlend. Dieser Buddha lässt sich nicht für menschliche Interessen einspannen. Jedes religiöse Besitzdenken prallt an ihm ab. Das ist eben dieses religionskritische Moment, Gott nicht zu einem Objekt zu machen, zu einem Ding zu machen, das man eben für seine eigenen religiösen Bedürfnisse funktionalisieren kann. Das weist Rilke ganz entschieden ab mit zum Teil sehr bissigen, auch sehr sarkastischen Formulierungen. Er spricht von Kirchen, die Gott umklammern und ihn dann bejammern wie ein wundes Tier. Also wieder das religiöse Besitzdenken. Da hat Rilke in die Auseinandersetzung mit der Buddha-Figur gewissermaßen im asiatischen Gewande sein Anliegen, nämlich einer nicht funktionalisierten Religion, eines nicht objektivierten Gottesverständnisses, hereingebracht. Mit seiner Religionskritik distanzierte Rilke sich von der engen Frömmigkeit seiner Kindheit. Er war mit einem Gott aufgewachsen, der für alle möglichen Interessen eingespannt wurde, eine freie Entwicklung hemmte und ständig Schuldgefühle erzeugte. Zu diesem Gott bildete Buddha den radikalen Kontrast. Wir haben vor allen Dingen ja Zeugnisse über seine Prager-katholische Kindheit und vor allen Dingen über die religiöse Sozialation durch seine Mutter. Die muss man sich äußerst repressiv vorstellen, sehr stark vom Sünden- und Schuldbewusstsein geprägt. Und dann entsprechend wird die Christusfigur ihm als Erlöser vorgehalten, vor allem der Gekreuzigte, den er jeden Abend zu küssen hatte als kleines Kind. Also wir haben aus heutiger Sicht schreckliche Zeugnisse von der religiösen Sozialation Rilkes und das macht auch begreiflicher, warum er die Christusgestalt als Erlösergestalt ganz und gar negativ sieht. Und dann schreibt er in den neuen Gedichten ja selber oder nimmt in die neuen Gedichte neben dem Buddha ja auch Christusgedichte auf, die vor allen Dingen Christus als Leidenden, als Schmerzensmann zeigen, aber eben nicht mehr als Erlöserfigur. Und da sieht er in der Buddha-Figur ein Vorbild von Vollkommenheit und vor allen Dingen die Figur aus einer religiösen Tradition, die ja für ihn nicht belastend war. Im Juli 1906 entstand Rilkes zweites Buddha-Gedicht. Der Lyriker wohnte unterdessen nicht mehr bei Rodin, sondern in Paris und er hatte diesmal einen anderen Buddha vor Augen, eine mit Gold überzogene Gestalt, wie sie in der buddhistischen Ikonografie oft vorkommt. Das Gold wurde von unzähligen Menschen gespendet, eingeschmolzen und zu dieser Figur verarbeitet. Was Rilke dabei faszinierte, war der Gedanke, dass ein Buddha sich davon nicht beeindrucken lässt, sondern unbestechlich gleichgültig bleibt. Buddha Schon von Ferne fühlt der Fremde scheue Pilger, wie es golden von ihm träuft, so als hätten Reiche voller Reue ihre Heimlichkeiten aufgehäuft. Aber näher kommend wird der Irre vor der Hoheit dieser Augenbrauen, denn das sind nicht ihre Trinkgeschirre und die Urgehänge ihrer Frauen. Wüsste einer denn zu sagen, welche Dinge eingeschmolzen wurden, um dieses Bild auf diesem Blumenkelche aufzurichten? Stummer, ruhig gelber als ein goldenes und rundherum auch den Raum beruehrend wie sich selber. Hier schaltet Rilke ja eine Pilgerfigur ein und er erzählt in diesem Gedicht gewissermaßen einen Erkenntnisweg dieses Pilgers. Denn von Ferne sieht eben ein Buddha, der mit Gold überzogen ist, das ist eine andere Figur als das, was in Meudon gestanden hat. Von Ferne sieht es so aus, als sei es dieser Buddha, Ausdruck des ganz normalen religiösen Betriebs. Der Goldüberzug stammt eben von den frommen Opfergaben, die Menschen aus Reue über ihre Sünden oder über ihre Irrtum diesem Buddha offeriert haben. Und wenn der Pilger eben näher kommt, wird er irre an diesem Buddha, heißt es so wunderbar in der zweiten Strophe von der Hoheit dieser Augenbrauen. Denn plötzlich erkennt er dieser individuelle Anteil an Opfergaben, den sich jeder einbildet, dem Buddha gespendet, ist gar nicht erkennbar. Wie soll man in diesem Goldüberzug noch erkennen, woher die einzelnen Anteile stammen? Und dieses Irrsein ist heilsam, denn es weist wiederum ab, das, was in jedem normalen religiösen Betrieb geschieht, nämlich, dass man das Göttliche für seine eigenen Bedürfnisse funktionalisiert. Rilkes Buddha will keine Anhänger und keine Verehre. Die Menschen sollen nicht Buddhisten werden, sondern den Buddha in sich entdecken. Die Menschen sollen sich selber auf den Weg des Buddha machen, das heisst also die Buddha-Natur in sich selber erwecken, ihren eigenen Weg, ihren eigenen Buddha-Weg, wenn sie so wollen, gehen. Das ist ja die Sinnspitze des ganzen Gedichtes. Von der miefigen Frömmigkeit seines Elternhauses hat der Rilke sich längst verabschiedet, nicht aber von Gott. In einer Vielzahl von Bildern umkreiste er ihn, ohne ihn auf eine bestimmte Definition festzulegen. Denn kein Bild und kein Begriff vermag Gott zu erfassen. Kritiker haben davon gesprochen, es sei der Versuch einer Rettung der Gottesrede nach dem Zusammenbruch der Metaphysik, da ist sicher was dran. Und Rilke will ja keinen Rückfall in eine traditionelle Gottesfrömmigkeit, sondern er macht als Dichter ein kühnes Sprachexperiment, die Rede von Gott auch im nachmetaphysischen Zeitalter glaubwürdig zu machen. Er will sich freimachen von jedem Gottesverständnis, dass Gott in den Bereich des Jenseits verweist, das Jenseits ausgespielt gegen das Diesseits, dass Gott außerhalb der Welt versucht zu verstehen, außerhalb der Welt zu verlagern. Er will das göttliche in allen Dingen erfahren. Und das ist natürlich ein sehr kühner Gedanke, denn wenn Gott in allen Dingen ist, dann ist er präsent und auch erfahrbar. Im ganzen Spektrum, vom Dunkeln zum Hellen, vom Bösen zum Guten, vom Ekelhaften zum Berauschenden, das versucht Rilke ja durchzuspielen im Stundenbuch mit dem eigentlichen Grundgedanken, Gott ist eben nicht fassbar. Und trotzdem bleibt er das tiefste Geheimnis der Welt, das der Dichter eben auszuloten hat. Falle nicht, Gott, aus deinem Gleichgewicht. Auch der dich liebt und der dein Angesicht erkennt im Dunkeln, wenn er wie ein Licht in deinem Atem schwankt, besitzt dich nicht. Und wenn dich einer in der Nacht erfasst, sodass du kommen musst in sein Gebet, du bist der Gast, der wieder weitergeht. In diesem Gedicht aus dem Stundenbuch taucht es wieder auf, das göttliche Gleichgewicht, wie Rilke es auch dem Buddha zuschreibt. Und auch das religionskritische Element. Dieser Gott lässt sich nicht festhalten. Diese Zeilen drücken ja aus, wie er einerseits die Rede von Gott ja nicht lassen will, andererseits die Gottesrede davor bewahren will, dann doch wieder Gott dingfest zu machen. Und wenn dich einer in der Nacht erfasst, das ist ja fast dinglich erfasst, sodass du kommen musst in sein Gebet, also die klassische Form des Gebetes, die eben Gott braucht und die eben Gott greifen will, weil man vielleicht in seiner Not und in seiner Angst nicht auf Gott verzichten kann, dann sagt er, du bist der Gast, der wieder weitergeht. Also gerade Gott kommt zwar sozusagen im Akt des Gebetes, lässt sich sozusagen erfassen, geht aber dann wieder und nimmt dem Beter auf diese Weise dann die Illusion, über Gott zu verfügen, diesen Gott ein für allemal zu haben. Der Gast ist ja derjenige, der präsent ist und wieder geht. Und indem Gott sozusagen den Charakter der Gastlichkeit annimmt, ist er zugleich präsent und entzogen. Im Sommer 1908, nicht ganz drei Jahre nach dem ersten Buddha-Gedicht, verfasste Rilke noch ein drittes, wiederum mit einem anderen Buddha-Bild vor dem Innenauge. Er sah jetzt den Erhabenen mit einem Strahlenkranz und er wagte es, Buddha persönlich anzureden und sogar zu grüssen. Buddha in der Glorie Mitte aller Mitten Kern der Kerne, Mandel, die sich einschließt und versüßt. Dieses alles bis an alle Sterne ist dein Fruchtfleisch, sei gegrüßt. Sieh, du fühlst, wie nichts mehr an dir hängt. Im Unendlichen ist deine Schale und dort steht der starke Saft und drängt und von außen hilft ihm ein Gestrahle, denn ganz oben werden deine Sonnen voll und glühend umgedreht. Doch in dir ist schon begonnen, was die Sonnen übersteht. Hier tritt ein Mensch dem Buddha gegenüber, der ihm nicht mehr abhängig ist. Der eben gerade von Buddha nichts will, ausser, dass er ihm Respekt bezeigt. Er grüsst ihn. Er betet nicht zu Buddha, er bittet um nichts, er verlangt nichts von diesem Buddha, sondern er ist ganz frei dem Buddha gegenüber in diesem dritten Gedicht. Das ist eben der Mensch, der jede religiöse Funktionalisierung aufgegeben hat und nun in eine freie und damit respektvolle Beziehung zu diesem Buddha treten kann. Bei der Betrachtung Buddhas wurde Rainer Maria Rilke nicht zum Buddhisten. Er meditierte auch nicht. Er schrieb Gedichte. Er fasste die Stille, die er beim Anblick Buddhas erfuhr, in Worte. Worte, die auch für Christen und Christinnen von Bedeutung sein können, wie der Theologe und Literaturwissenschaftler Karl-Josef Kuschel erfahren hat. In der Betrachtung des Buddha sehe ich etwas Komplimentäre zu meiner eigenen christlichen Sozialisation, die ja natürlich auch sehr intellektuell gelaufen ist. Ich als Theologe, der ich ohnehin mich ständig mit Theorien auseinandersetze, mit Schriften auseinandersetze, und hier die Gestalt des ganz in sich ruhenden, schweigenden, meditierenden, sozusagen ins Wörtlose, versunkenen, versunkenen, das ist schon eine große Herausforderung auch für mich selber. Und das streicht nichts von meinem christlichen Glauben ab, wenn ich unter christlichem Glauben vor allen Dingen die Nachfolge Jesu verstehe. Also vita contemplativa und vita activa kennen wir ja auch aus der großen benediktinischen, christlichen, mönchischen Tradition. Hier das ganz in sich versunken sein, ins Schweigen, die geistige Konzentration, die innere Sammlung, die mich frei macht von meinen eigenen Bedürfnissen, Trieben, dem Haften an der Welt, wie der Buddhist sich ausdrückt. Also der Weg sozusagen der Befreiung, der eigentlichen Tiefe. Und hier die Aufforderung zur Nachfolge, die natürlich in dem Satz der Feindesliebe gipfelt, der eine große ethische Herausforderung ist, sich um die Erniedrigten und Beleidigten zu kümmern. Beides gehört polar zusammen. Und ich gestehe ganz ehrlich, für mich war der aktive Teil, dieser aktive Pol für mein Leben bisher viel zu sehr dominant. Ich schwinge jetzt mehr in diesen anderen Pol hinein und entdecke über diese wunderbaren Gedichte von Rilke, dass ich da einen Zugang bekomme zu dieser anderen großen Gestalt der Religionsgeschichte, nämlich zu Buddha, dem Erwachten. Und ich schwinge jetzt mehr in diesen ganzen Tag.